um ich glaube ich habe Max ein Haus gefunden er soll es in der Sonne und ist es so weit weg von uns naja so weit ist er nicht wollen alle in der Nähe und ja so weit ist eigentlich gar nicht mehr ist der Einzelne im Arschte naja im Grunde ist es eigentlich gar nicht so weit weg der Worte direkt schon auch ich habe schon durch den Städte bekommen und ich schaue es an sie machen und leichter dieser Tiefen übertreibt ja schon so ziemlich aber man kriegt ja jeder bei jedem Scheiß nur die Stolz und und es wird selbst so wird an diese an diese Lohn an den Lohnstabern kommen schon ich das jetzt mal so hier kann ich schon mal machen das war ich ganz praktisch vor es war zu wollen damit ich es ist sehr viel von uns ein bisschen Stabklick durch positioniert ja mein Gott okay ich bin das ist also ich habe es zur Option um was wir machen können nun einmal der Gott ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin okay einmal könnten wir eine Bibliothek bauen für den Entschuldigung das war ganz cool das kann man wirklich machen um dann eine Schmiede wegen Fernandes und so ich würde aber ich würde ganz erstmal so ein Enchantment Ding machen ja aber wir könnten auch direkt Ding bauen oder eine Farm und ich glaube irgendwie fahren wir doch die beste Option Enchantment Rächtung aber Weißt du so ein bisschen ridaustschauen lassen ich glaube fahren wäre ich ein bisschen besser hingeklatscht sein so schon was ist hier in der Hölle gibt vielleicht finde ich irgendwas cooles mal schauen oh hier gehts runter okay ich war dann doch auch lohnt ja Lohrschäber habe ich schon bekommen ich habe drei Stück bekommen oh ja kann man sich schon mal okay ich hab ein bisschen und Papier und jetzt die Führung über so muss sie es ist möglich und ich habe zu werden toll ist der gar nichts und wenig um durch nur mehr Grunde von zu bauen das ist eine gute Idee genug Holz zu also holst Holz und diese Blüte was noch nicht ganz erzielen m und um ein paar mich schon Borg und M und zwar in der Tonie überlegen die sich die Form bauen nur eine ganz normale so keine automatische noch mehr das nicht kommen normale Wärme Sonnen wir können dann auch nur so viel zum gut ausschauen da lassen hier hat es passt durch den hohen zum Beispiel zählisch ist nicht mehr nur diese Blüten der Verwärts zu finden um die Tische Tiefen Teil der Fassungen verheiratet so nicht Bordet ihr ehrlich gewesen ohne Kiste weiß um nicht meistens und so ist noch mit ein bisschen hoch und dann damit auch doch ja man bei einem druck zum Beispiel von den Bösen der Kiste da oben da ist ein Iron Horse und ein Sattel und der Absichter dumm die neuen Eisenhower Arme Eisen am meisten er ist noch so wo er stimmt es gibt und als ich habe euch für diesen Scheißen und ich habe ich habe Wartzen gefunden haben wir gar durch ein paar warzen ich denke mal alle mit sommer noch ein bisschen so sendern ja ich will ja kann machen wollen wollen die ganzen bis zu wissen um die exkunden kommt man da eigentlich hat nicht nun rauskommt oder wo man rauskommt kommt man da so unter in so einem höhlen System mann Prozent mehr mehr oder weniger ja so hat die was soll ja auch in ihrem Post ist dann kommen gleich hier ja doch das gut oder ziemlich ist ja mal die kiste snacken und was ist drin aus dem und da ist gold aus aber und diamond aus aber wie geile ohne scheiß meine dauerung bekommen Hals Maul Diamond Horst um er mit einem Haus aber das richtig cool wie macht man nicht großartig aber die Katzen an die Kanzer nicht nur finden auch so das leider Konzerne finden aber ansonsten besser auch viel zu einfach sind es ganz cool so wie es gemacht haben was er geht auch nicht weiter mal schauen vielleicht finde ich noch ein paar coole Kisten war auf jeden Fall richtig geil wenn ich noch mehr finden würde oh man dann können wir nicht Musik hören nebenbei das ist ein Vollkiller aber ich glaube es wird nur schön naja schon was mit ist es wichtig was geiles genau weil man kann ja auch bei Menschen in den Kisten finden das wäre auf jeden Fall richtig geil für die Bandsfinder so schon ein bisschen um und ich glaube danach Prozent gehe ich mal auch toll wir dürfen so ist eine Kiste und wieder ein Haus aber am Markt der Mox überlegen Elokin Schäden da ist es ein Sünden so wo ich bin glaube ich jetzt im Bühnen Schatz der Aussage muss noch mehr Sachen finden dass die nachdenkliche Schöpfe ich nicht erlaubt er der Kölner und zwar nicht und das Buch er kann aber nicht gesagt die Kinder in deinem Haus aber herzustellen ich bin und sie nur eigentlich nur um Prozent mit Kraftenträgen hier geht für euch ja eben aber wenn es so wäre dann würde ich mich nicht zu schwer herzustellen die Hörmann ist es einfach nur noch in der Mitte lassen durch die Saison beim Torzumotten es hat schon damals kriegen es wäre nicht so einfach oder damit gefunden hat wie geil ist das denn der Kuss ist ein paar Teils gekriegt der Hammer er hat bei einem Vorausfug wir haben ehemalig bis zum Schatten zu mehr suchen Prozent morgen aus der Möglichkeit wenn zu gehen oder bis zu einer Märchen Kürtel ich eben noch über zum Haus und okay wobei langsam sollte ich für nach Hause gehen durch schon eine Menge gefunden das ist von dem Weg aus dem Anwesen ja ich muss es ist erst mal den Weg nach Hause finden es kann eine Weile dauern da muss ich nicht mehr und sie runter okay ich bin im Bettchen ich bin ich sicher da die Pilze nicht als das nicht hinliegen und von Kult die zu können aber das ist ein Lohn mit mich in München kommt weg wir bekommen ja ich versuchte auch aber es ist nicht so einfach wo ich habe mich wieder verlaufen es gibt Kinos das schaue ich irgendwie den Weg hier raus finden es wird sich richtig an und und da war wieder die Kiste oder ja weil die Kiste machen sich verlaufen echtes Zeug ja und schon die dritte damit aus am liebten ist das denn so die Kiste abbauen Kiste sind immer gut ne kann man immer ganz gut gebrauchen und schon mal habe ich hier den Weg mal raus finden wobei was von da wir haben noch nicht mal Pferdemann ja und dann haben wir schon mal was um Prozent vorbeiratet zu sein Neufer ist auch schon sagte man warum die Golddingens die können die braucht man gar nicht mehr richtig unnäßig und russ wir haben uns auch kurz zu sagen erstens hat den ich nicht auswärtig und stimmt allerdings das ist schon hoch zu den Lohen Leck mir Marsch wahrscheinlich mich irgendwie hochbuddeln kann aber ich glaube ich das sieht blöd aus ich glaube die ganze Neverfestung ist irgendwie in der war hier eingebaut ich bin hier mal später wird gelandet der Leck mir Marsch von da unten komme ich glaube ich das alles ziemlich ein Brudel irgendwas mit klar ja ich komme nicht mehr raus sein muss den Ausgang finden schon die an morgen wie ich jedes Gras den Rasenmäher Karte Faktor Worte Worte und sie haben Fakt die sich nach oben schaut boah ich finde Weg hier raus nicht mehr Fakt doch deine drei Diamond Horse Armour ja genau so nein von da komme ich nicht boah ich finde Weg nicht mehr ach so unter Ding unter Nether ja das ist alles unter Nether gebaut wirkt jedenfalls sehr stark danach oha wie schnell das ging man schon ist man krass so nee sieht ziemlich blöd aus gerade so so oh man von wo bin ich gekommen ey das ist doch dein ähm Feuerpferde und Dirty of Denheim mit deinem Diamond Horse Scheiß als er war schmacht und furcht boah ich finde ich hätte wie ihr nach draußen als man muss nicht zu viel was erlust mir zu erholfen z und veröffentlicht veröffentlicht er hat so wurde mich auf dem Moment kann das bloß sein ja morgen ist eine Mutti und hat mich für mich wieder raus Kundin ist Prechampagne mit mir bringt um ich glaube ich gehe mal einfach hier lang ich glaube wenn ich glaube ich bin von ihr kommen und ich bin hier hoch hier von so einem Gang halt ja ich kann so nicht erklären es hat sie nicht mehr und wo hier nicht kommen sie schon was so geflämt so um ein Gottmann bis zum Sto bei gelobten die Säule wahrscheinlich der Weichwitz war voll lustig wenn jemand anderen Plänen zu schau und er macht halt irgendwas wird sie falsch und wo du selber sucht ist kriegst es richtig mit ne und dann nächstes Jahr gehoffert wie kannst du das noch nicht sehen können ja das stimmt so Leute damit ist auch die Aufnahme wieder vorbei hier ist nämlich mein Fraps auch einigermaßen abgestürzt das heißt dass die Videodatei fehlt tut mir auch wirklich leid aber ich bin auch es hat nicht mehr lange gedauert und dann habe ich den Ausweg gefunden jedenfalls war ich fast auf dem Ausweg und dann habe ich halt ein Blue Screen bekommen und da ist alles abgekackt deswegen in der nächsten Folge bin ich dann wieder fast zu Hause mit voll ausgepackten Sachen hier drei Diamond Horse Amos und Warzen und Lohnstäbe auf jeden Fall richtig cool ja bis dahin wir sehen uns dann in der nächsten Folge freut mich dass ihr zugeschaut habt und ja schaltet auch nächste Folge wieder ein beziehungsweise morgen schaltet wieder ein und ja viel Spaß dann noch beim restlichen Let's Play ja bis dahin ciao euer Steff